Baby, das ist Liebe! Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es gibt heute mit der 100 Baby Challenge und wir sind natürlich hier mit einer schwangeren Melodie, die bald ihr Kind werfen müsste. Und ich habe eine Enttündigung. Hallo, Leute, dieses Video wird nicht am Tag der Veröffentlichung aufgenommen. Wild, oder? Also ich meine, einen Tag vorher ist das auch noch nicht das Optimum. Aber es ist schon mal nicht derselbe Tag, also... Wow! Ich weiß nicht, wieso ich heute so wild drauf bin, aber irgendwie ist es halt so. Mein Hund ist auch wild drauf, deswegen... Vielleicht gibt es auch einfach daran. Ich würde gerne mal wissen, was die Schulprojekte hier erhöhen würden. Mental und Programmierfähigkeit. Okay, und das hier? Mental und Logikfähigkeit. Ähm... Gibt es hier nichts mit Motorik? Es gibt nur Mentalfähigkeit für die Kinder und kreativ. Wow! Bisschen lame, ne? Weil er ist ja gerade dabei, ähm... Ein... Motoriker zu werden, denn er hat hier das gerade am höchsten. Und ich mache dann halt immer das, was am höchsten ist. Mache ich dann weiter. Ist halt da nur ein bisschen blöd. Äh... Wenn es dafür kein Projekt gibt. Pfeu, Kinder! Oh Mann! Ich bin immer noch ein bisschen traurig darüber, dass er kein Alien ist. Also... Hm. Es hätte besser laufen können, sagen wir es mal so. Wieso gehen gerade alle meine Sachen kaputt? Ich muss irgendwie alles reparieren. Chandler Bing. Ich glaube, den kenne ich noch nicht, oder? Dann können wir mit dem ja vielleicht uns schon mal bezaubernd vorstellen. Denn das könnte ja unser nächster Tippie werden, ne? Ihr erster Eindruck ist lustig. Hm. Das ist doch schön. Ich meine, ich würde auch Leute nehmen, die kacki sind, aber... Ja. So. Wir können den ersten Kurs erleben. Yes! Oh, die Wehen haben eingesetzt. Aber wir knutschen ihn trotzdem nochmal ab. Und knutsch, knutsch, knutsch. Yay! Wir haben Matching-Oberteile an. Bibi einen Krankenhaus bekommen. Ich möchte bitte mitmachen und wir gehen alleine. Moin! Er applaudiert mir erstmal. Same. Hallo, ich möchte mich bitte anmelden. Ich habe jetzt übrigens über Sims 4 Studio... ...habe ich jetzt eingestellt, dass mein ganzer C das rausgenommen hat, dass die Sims beim Duschen oder so halt CC tragen. Deswegen bin ich mal gespannt, ob die jetzt wirklich halt dann beim Duschen und so kein Castle Content mehr tragen. Weil das war halt jetzt schon immer nervig, wenn die dann einen Badeanzug an hatten oder Schuhe oder sowas, weil die halt falsch gekennzeichnet waren. Und ja, ich hoffe einfach, dass das jetzt Punkt zu nuckelt. Und wenn nicht, dann habe ich wenigstens alles versucht, ja? Außer halt die Sachen entfernen, aber das überlebt man dann auch, ne? Ich meine, diese Schuhe nerven mich auch ein bisschen, aber die kann ich vielleicht nochmal irgendwann finden und dann einfach den Haken selber raussetzen. Weil eigentlich ist es nicht so schwer, aber trotzdem. Es ist halt nervig, die erst rauszusuchen und dann das zu ändern. Aber ja, wird schon irgendwie. Bekommen wir erstmal unser Kiddo mit, also dank Salma Alphasi mit. Es ist nicht von ihr das Kind, sagen wir es mal so. Ein Junge! Corbin, Yusuf, Ragnar, Lion. Uh! Und noch ein Junge. Ich finde es mittlerweile teilweise so schwer, Namen halt zu nehmen, weil dadurch, dass ich ja im Kindergarten arbeite, habe ich ja mit noch viel, viel mehr Menschen zu tun als vorher. Und irgendwie finde ich es sehr, sehr komisch, Leute, also Sims so zu benennen wie Leute, die ich halt kenne. Vor allem jetzt irgendwie Kinder oder so, finde ich richtig komisch. Da bin ich mal so, ne, der Name ist zwar schön, aber ich will den jetzt irgendwie nicht meinen Sims geben, weil ich einfach einen ganz anderen Bezug dazu habe. Legacy. Hm, das passt ja zur bald startenden Lucky Legacy Challenge, oder? Zwillinge. Okay, bin ich tatsächlich dabei. Dann müssten wir jetzt bei 68 Kindern sein. Und wir können direkt nochmal schwanger werden, weil wir haben jetzt ja diesen Typen gehabt. Und ganz ehrlich, wir können ihn ja, wenn wir zu Hause sind, direkt anrufen und direkt bimsen. Ich meine, um 23 Uhr kann man ihn schon nochmal einladen, oder? Oh, er steht sogar noch hier. Halbnackt und applaudiert. Na, dann kann ich auch gar nicht an der Seite mit dem jetzt mal was hier zu starten, ne? Ich meine, die beiden Babys schlafen eh. Ist doch dann egal, oder? Dann kann man auch schon nochmal ein bisschen Spaß haben, ja. Hier, gehen wir mal wieder in die Dusche. Ich meine, machen wir das jetzt mal, glaube ich, auch schon, aber egal. Unseren Müllcontainer gibt es ja leider nicht mehr. Und der Putti hat es ja irgendwie geklaut, oder so. Ich weiß es nicht. Machen wir ein Kind zeigen? Ich bin zwar gerade erst, also ich habe zwar gerade erst entbunden, aber ich wäre jetzt schon bereit. Ja, die heulen gleich. Ich kümmere mich schon auch drum. Aber ich muss hier jetzt erstmal gucken, ob ich schwanger bin. Das ist wichtiger, ja? Juhu, sie ist schwanger! Das ging schnell. Baby, den Strampler anziehen! Stimmt! Wir haben ja den Strampler. Oh, dann kriegst du den. Wer bist du? Legacy. Okay, Legacy darf den Strampler bekommen. Oh, süß! Oh! Solange wir den wiederkriegen später, wenn das Baby dann ein Kleinkind ist. Samstag müssen wir den altern, ne? Weil die sind ja dann Donnerstagabend, jetzt ist ein Tag und dann vielleicht Samstagabend, sagen wir. Aber können diese ganzen Gäste alle gehen? Ich habe keinen Bock mehr auf die. Also ihr müsst ganz fleißig sein in der Schule. Vielleicht könnt ihr dann sogar schon ausziehen, ihr beiden Teenager-Mäuse. Und wenn er wenigstens B-Schüler wird, bin ich auch zufrieden. Yay, Geld! Wuhu! 56! Wuhu! Bald ist Rabatttag. Hm. Schade, dass wir noch nicht umziehen und somit sparen könnten. Jetzt nehme ich den türkis-grünen Babystrampler, der sich immer hierhin schillt, ne? Vor allem jetzt im Herbst, wenn es kalt ist. Aber naja, soll sie machen. Melody Kampolova Schalkombistricken oder wie wir sie gerne nennen, Spullis. Interessant. Adam ist zweier Schüler, wie ich es erhofft hatte. Jodie ist eine der Schülerinnen, Tuesday auch. Sehr schön. Ja, sie mit dem Regenbogen. Süß! Happy Birthday to you! Und sie ist noch gesellig. Und was ist mit Tuesday? Happy Birthday to you! Yay! Liebt die Natur! Ich wünsche euch beiden eine gute Reise. Pullover mit Schal. Uh. Das sieht süß aus, tatsächlich. Er spielt jetzt noch mit seinem Bro ein bisschen an der Konsole. Denn er braucht ja seine Fähigkeit auf Level 4. Und ja. Da kann man schon mal mit seinem Bro zacken, oder? Hier sind noch drei Zwerge vom Erntefest. Und die kann ich noch verkaufen. Hehehehe. Hier geht es einfach so mies, ne? Grippe. Heißhunger. Gesundes Essen. Oh, nice. Husten. Oh. Ach du Scheiße, ist das viel. Manchmal betreiben die halt wirklich ein bisschen mit den ganzen Sachen, was sie hier verstecken. Dancen ist zurück. Wuhu. Erinnert ihr euch noch an die allerersten Parts? Hehehe. Das waren Zeiten, du. Er hat's bald. Nice. Nein. Tanz weiter. Du musst Level 4 erreichen. Nein. Yay! Ich würde die kleinen Kinder dann einfach direkt im nächsten Part altern. Und, also, ja. Damit wir dann direkt in den Creative Sim gehen können. Weil jetzt, wenn ich die jetzt altern würde und würde das dann nächstes Mal mit dem Creative Sim machen, finde ich das auch irgendwie doof. Und auf Screen habe ich jetzt keine Lust. Hehehe. Deswegen machen wir es so, dass ich die einfach im nächsten Part dann quasi direkt altere. Und damit würde ich sagen, dass ich jetzt auch den Part beende. Ich denke, wir haben ganz gut was erreicht dieses Mal wieder. Sehr, sehr schön. Und, ja. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Und Tschüss. Tschüss.